Hallihallo und Mahlzeit. Wir haben uns mal ein paar neue Kumpels gesucht, ein neues Team zusammengestellt und werden jetzt nochmal den Pürser versuchen. Ich hoffe, dass es diesmal besser funktioniert. Auch schon einige High-Level-Charaktere dabei. Ich hoffe mal, dass sie mehr Ahnung haben, wie dieser Boss zu besiegen ist. Das ist natürlich Medic. Das heißt, wir halten uns ein bisschen bedeckt, wir müssen uns ein bisschen heilen, wenn es notwendig ist. Und von hinten ein bisschen schön. Ein paar Headys verteilen. So, also es läuft auf jeden Fall schon viel besser. Würde ich es mal sagen. Wir holen mal unseren Heal-Bot raus. Schnell weg. Der Boss kann uns natürlich mit einem Treffer fast One-Shutten. Natürlich aufpassen. Auch die kleinen Gegner können uns sehr schnell killen. Aber unser Team scheint sie gut unter Kontrolle zu haben. Das heißt, wir können von hier hinten ein bisschen reinballern. Schön ein paar Headys verteilen. Wir können uns in unseren Heal-Bot stellen, wenn es jemand Schaden hat. Wir können uns in unseren Heal-Bot stellen, wenn es jemand Schaden hat. Natürlich ganz nah hier bei uns. Zum Glück kann er uns nicht treffen. Können wir höchstens mal eine Granate hinten reinschieben. Jetzt kommen hier ein paar Gegner. Jetzt hauen wir mal ab hier. Können noch retten. Und möchten wir natürlich ungern. Und natürlich hier ein von unserer... Ah, schade. Schade. Schade, schade, schade. Wir probieren es natürlich gleich nochmal, würde ich sagen. Wenn unsere Leute mitziehen. Einer fehlt schon wieder. Einer fehlt. Da kommt er. Da kommt er. Hör mal, dass er noch nicht ganz resettet hat. Können wir ihn vielleicht diesmal legen. Schön eine Granate rein. Ich glaube, der hat komplett resettet. Die Stelle war ganz gut. Das ist gut für uns. Ich glaube, der hat uns da lieber raus. Unseren Level 8. Schießen wir dann nur auf den Boss. Ich glaube, der ist noch nicht wieder bereit. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Auch ganz schön lange, der Heel-Bot. Wieder seine Kumpels. Wir nehmen die Heel-Bot raus. Das sind halt echt so übel, die Blauen. Wir haben kaum eine Chance. Nein, er hat ihn. Wir nehmen die Heel-Bot raus. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 lieber raus. Schön. von hinten rein unseren kollegen dazu ich finde der boss hier steht jetzt kann man es probieren nein da kommt schon jemand ich hoffe doch nicht unseren hier wort auf ja sieht gut aus hoffe das ist die letzte phase hatte schon nur noch ein viertel energie lebensenergie vielleicht können wir diesmal schaffen noch eine granate rein da geht sein schild jetzt gar nicht mehr weg ich weiß nicht ob das ein gutes oder ein schlechtes zeichen ist ich hoffe doch dass es bedeutet dass es die letzte welle ist die letzte phase ich glaube ich glaube wir haben ihn jetzt sehr gut nice überdosis und equipment oder was ist das missboxen misslootboxen ok ja schien eine lootbox gewesen zu sein aber was cooles kriegt schnell feuer flinten munition ok und automatischer sprenger den kann man benutzen und das und das vielleicht ist ich denke mal das ist ein mod können wir das vielleicht hier benutzen mods bearbeiten magazin nein sehr gut hansulu 30 kills ok tote 20 oh je neuer tag neuer sehr geil was haben wir noch schönes gekriegt das haben wir schon bessere könnten höchstens den da nehmen wo der auch nicht viel besser ist eine verzögerung die sind eigentlich fast gleich minus 5 sekunden ok ne das behalten wir was wir haben so hat man sonst noch was neues gekriegt vielleicht was zum anziehen titel nein kopfschutz nein klamotten das ist unsere standardausrüstung nein nichts neues höchstens gucken ob wir noch unsere waffe verbessern können ja sehr gut alles rein ja bäms rang 4 sehr gut was können wir damit machen hm ich denke mal das ist für schrotflinden ja volltreffer die magnum können wir noch entwerten Resttumor verkaufen gut also das war dann der erste dungeon und in der nächsten folge zeige ich euch dann den nächsten dungeon bis dahin macht's gut ciao 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 ciao